Der Treffer War gut wie immer, Tom Macht dir einen schönen Abend Leute, wir schließen jetzt Kaffee Tut mir leid, wir schließen Ja, das weiß ich Das weiß ich sehr gut Halt die Klappe Wir haben nicht viel in der Kasse Wehe, du bewegst dich Mach sich halt Die wollten uns töten Er hat uns das Leben gerettet Hallo, mein Held Der Familienvater Tom Stoll ist ein angesehenes Mitglied seiner Gemeinde Für diese Gemeinde, die voll und ganz hinter ihm steht Ist er ein Held Gut gemacht, Tommy Toll, schon wieder Reporter Die sehen nicht aus wie Reporter Sie sind der große Held Ich rede nicht gern darüber, Sir Du hast es den beiden Halunken gezeigt Joey Mein Name ist Tom Nicht Joey Was du nicht sagst Sarah? Sarah! Meine Tochter, wo ist sie? Was ist hier los, Dad? Die dachten, ich sei jemand anders und sie würden mich kennen Machen Sie sich keine Sorgen, Mrs. Stoll Ich hab auf sie geachtet Ich weiß nicht, was sie wollen, ist mir auch egal Das sollte ihnen aber nicht egal sein Denn was ich will, könnte ihr Leben verändern Fragen Sie doch Tom Fragen Sie ihn, warum er so gut darin ist Leute umzubringen Sag mir die Wahrheit Wer bist du? Ich bin Gott nicht Vielen Dank.